Videos sind das Herzstück eines MOOCs. Wir wollen euch daher zeigen, wie ihr eure Lernvideos möglichst ansprechend und lernförderlich gestalten könnt. In diesem Video beschäftigen wir uns zunächst mit der Frage, was ein gutes Lernvideo ausmacht. Wir besprechen die Inhalts- und Gestaltungsebene eines Videos und was es in Bezug auf Barrierefreiheit zu beachten gibt. Abschließend geben wir euch Tipps zu weiterführender Literatur. Ein Video hat zwei Ebenen, die man bei der Erstellung beachten sollte. Die Inhaltsebene und die Gestaltungsebene. Zuerst beschäftigen wir uns mit der Inhaltsebene, wo es darum geht, was in eurem Video vermittelt wird und wie diese Inhalte sprachlich und didaktisch aufbereitet werden. Ein gutes Lernvideo braucht unbedingt ein klar formuliertes Lernziel. Überlegt euch genau, was die Lernenden von eurem Video mitnehmen sollen und was sie im besten Fall danach können. Dieses Lernziel solltet ihr als Einleitung in eurem Video erwähnen und eventuell auch kurz aufzählen, welche dazu notwendigen Schritte ihr besprechen werdet. Das ist hilfreich, weil sich die Person, die das Video sieht, auf die Inhalte einstellen kann und gleichzeitig sieht, ob diese überhaupt ihren Erwartungen entsprechen. Ein kurzer inhaltlicher Überblick am Anfang ist also ein leicht umzusetzender Tipp, den ihr in eure Videos einbinden könnt. Das könnt ihr auch mit einer kurzen Zusammenfassung am Ende des Videos kombinieren, in der ihr noch einmal das Lernergebnis des Videos darlegt. Der Überblick und die Zusammenfassung sind zwei Elemente, die eurem Video Struktur geben. Eine klare, übersichtliche und verständliche Struktur ist auch unser nächstes Kriterium für ein gelungenes Lernvideo. Ihr könnt euch euer Video hier vorstellen wie ein Buch, das in kurze Kapitel eingeteilt wird. Diese Kapitel sollten inhaltlich gut abgegrenzt, aber fließend miteinander verbunden sein und gegebenenfalls ineinander überleiten. Ihr könnt in eurer inhaltlichen Planung damit beginnen, in Stichworten einzelne Themen für Kapitel herauszuarbeiten und aus diesen Stichworten den Sprechtext für die jeweiligen Kapitel entwickeln. Eure Inhalte lassen sich besonders lernförderlich gestalten, wenn ihr es schafft, diese gut der Denkweise eurer Zielgruppe anzupassen, indem ihr nachvollziehbare Assoziationen erstellt. Das bedeutet, dass die neuen Lerninhalte und Informationen so stark, bildhaft oder plastisch wie möglich mit bekannten Begriffen, Emotionen oder Denkmodellen verknüpft werden. Um das zu erreichen, gibt es unterschiedliche Strategien. Ihr könnt beispielsweise in euren Erklärungen Vergleiche zu bekannten Phänomenen einsetzen, starke Metaphern verwenden, zum Inhalt passende Anekdoten erzählen oder, wenn es euch liegt, auch mit Geschichten und Unterhaltungselementen arbeiten. Dabei muss man natürlich immer abwägen, ob die gewählte Strategie eure Lerninhalte unterstützt oder aber davon ablenkt. In jedem Fall solltet ihr darauf achten, klare und verständliche Erklärungen zu finden. Um lernförderliche Erklärungen zu formulieren, ist es immer hilfreich, sich zu überlegen, wer das Zielpublikum eures Videos ist und welches Vorwissen dieses mitbringt. An diesem angenommenen Wissensstand kann man sich für seine Erklärung gut orientieren. Ein abschließender Tipp zur inhaltlichen Gestaltung. Achtet immer darauf, dass ihr euren Videosprechtext gezielt aufs Sprechen auslegt und nicht wie eine wissenschaftliche Arbeit schreibt. Dazu gehört es auch, Formatierungen zu vermeiden, die sich nicht von der Schrift ins Sprechen übertragen lassen. Beispiele hierfür sind Anführungszeichen, Auslassungszeichen und Einklammerungen. Der Sprechtext sollte eher so formuliert sein, wie ihr in einem mündlichen Vortrag sprechen würdet. Überlegt euch beim Schreiben immer, würde ich diesen Satz so sagen? Ihr könnt euren Text auch einfach zwischendurch laut lesen, um zu überprüfen, ob er euch natürlich über die Lippen kommt. Generell solltet ihr klare, einfache Sprache statt komplizierten Schachtelsätzen verwenden. Nachdem wir die Inhaltsebene besprochen haben, sehen wir uns jetzt die Gestaltungsebene an. Hier geht es darum, wie ihr eure Videos audiovisuell umsetzt. Wichtig ist für die Gestaltung in erster Linie, dass sich ein harmonisches Bild ergibt. Das erreicht ihr, indem ihr Farben, Schriftarten und verwendete Grafiken einheitlich gestaltet, also nicht zu viele unterschiedliche Stile zusammenwürfelt. Ihr könnt über farbliche Zuordnung beispielsweise auch inhaltliche Kategorien kennzeichnen und dadurch eine visuelle Komponente in die Inhaltsstruktur eures Videos einbringen. Die Gestaltung sollte über alle Videos hindurch ähnlich bleiben, wenn ihr mehr als ein Video produziert. Bei der Gestaltung geht es übrigens nicht nur um die Ästhetik. Auch Lesbarkeit spielt beispielsweise eine wichtige Rolle, wenn sichtbarer Text in eurem Video vorkommt. Achtet auf einen ausreichenden Kontrast zwischen Schriftfarbe und Hintergrund, auf dem sie gezeigt wird. Wenn ihr euch unsicher seid, ob der Kontrast ausreicht, gibt es einen einfachen Trick. Wandelt das Bild mit einem Text in Graustufen um. Wenn der Text immer noch leserlich ist, sollte der Kontrast auch in Farbe gut sein. Außerdem solltet ihr den Text lange genug einblenden, damit man ihn lesen kann. Ein Richtwert für die Lesbarkeit sind 10 bis 15 Zeichen pro Sekunde. Je nach Zielgruppe sollte man die Lesegeschwindigkeit aber anpassen. Weil wir gerade von Texteinblendungen sprechen, widmen wir uns jetzt einem sehr wichtigen Aspekt eurer Videos, der Barrierefreiheit. Damit auch höher beeinträchtigte Menschen mit euren Videos lernen können, solltet ihr zum Beispiel Untertitel und Transkripte für eure Videos bereitstellen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, schaltet doch einmal die Untertitel für dieses Video ein. Für die Untertitel gilt, alles, was man im Video hören kann, sollte auch in die Untertitel übertragen werden. Bezieht also zum Beispiel auch ein, wenn Musik zu hören ist oder ein Geräusch vorkommt. Weitere Informationen zur Gestaltung von Untertiteln haben wir euch in den Zusatzinformationen verlinkt. Wo wir gerade vom Hören sprechen. Wenn ihr eure Videos mit Musik unterlegen wollt, müsst ihr unbedingt darauf achten, dass diese nicht von euren gesprochenen Inhalten ablenkt. Hintergrundmusik darf im Vergleich mit dem Sprechtext auf keinen Fall zu laut sein. Für Lernvideos sollte Hintergrundmusik in den meisten Fällen weggelassen werden. Ein letztes Kriterium für ein gutes Lernvideo ist die Länge. Die sollte zwischen 5 und 15 Minuten liegen. Es ist besser, mehrere kurze Videos zu machen, statt ein einzelnes langes. Wenn euer Video etwas länger geraten ist, könnt ihr es auch in Kapitel einteilen. Unterschiedliche Plattformen bieten technische Hilfsmittel an, um die Kapitel in einem Video auch klickbar zu machen. Wir haben dies für dieses Video auch gemacht. Probiert es doch mal aus! Über die Kapitelmarkierungen kann man schneller gezielt im Video zu bestimmten Inhalten navigieren. Diese Funktion gibt es beispielsweise auf YouTube oder über H5P. Wir verlinken euch in den Zusatzinformationen zwei Artikel dazu, wie die Kapiteleinteilung auf YouTube und mit H5P funktioniert. Wenn ihr mehr über Aufbau und Gestaltung von multimedialen Inhalten lesen wollt, empfehlen wir euch besonders die Arbeit des Bildungspsychologen Richard Meyer. Er formuliert zwölf Prinzipien, die einen gelungenen multimedialen Lernprozess begünstigen. Einen Link dazu findet ihr ebenfalls in den Zusatzinformationen. Bei der Erstellung eines Lernvideos sollte man zwei Ebenen bedenken. Die Inhaltsebene und die audiovisuelle Gestaltungsebene. Ein gutes Lernvideo hat ein gut formuliertes Lernziel und eine klare inhaltliche Struktur. Besonders lernförderlich lassen sich Inhalte vermitteln, wenn man die Denkweise und den Wissensstand des Zielpublikums berücksichtigt und Assoziationen damit herstellt. Dafür gibt es unterschiedliche Strategien. Eine gute Gestaltung sollte möglichst harmonisch sein. Achtet dafür auf Farben, Schriftarten und Grafiken. Bedenkt in eurer Gestaltung auch immer die Barrierefreiheit. Euer Lernvideo sollte möglichst zwischen 5 und 15 Minuten lang sein. Längere Videos kann man auch in Kapitel einteilen. Wenn ihr diese Aspekte bei der Erstellung beachtet, seid ihr schon auf einem guten Weg zu einem gelungenen Lernvideo.